Vielen Dank. Der fünftige Kampf ist heute in Anstrengung gegenüber Henner, 91 Kilogramm, Rote Ecke, Team Vogt, Box Pro Münster, gegen Lars Wagner, Box Pro Münster. Ich habe jetzt zwei Jahre ausgerüstet. 1, 2, 1. Ich bin die ganze Zeit weg. Ich habe jetzt noch vor kurzem eine Rückmeldung gemacht. Das kann man so ausermachen. Aber sonst... Wenn du bei YouTube reinstehst, dann kann man die anrichtig werden. Bist du drin? Ja. Da sind es jetzt nur über 5.000 Haare. Bist du drin? Ja. Und dann hat er einer... Er hatte das jetzt mal... Er hat ja dann gesagt, wir wollen die werden mit dem... Und jetzt hat er gesagt, nächstes Jahr... Will ich? Ich sage, nächstes Jahr... Ich muss ja auch schon aufpassen. Wie gesagt... Wenn man aufgehört wegen der Brücke, dann habe ich zugekommen. Ich muss auch aufpassen. Ich bin ausgerüstet. Ich bin ausgerüstet. Ich bin ausgerüstet. Ich bin ausgerüstet. Und dann bleibt man sehr gut. Ich bin ausgerüstet. Du bist von der Brücke, als du... Ich bin ausgerüstet. Ich bin ausgerüstet. Da warst du noch gar nicht geboren. Da warst du noch gar nicht geboren. Und da sitzt er. Was hast du gemacht? Ich habe hier auf der Ehrlinge gemacht. So ein Stück. Und dann hat man bis zum die... Ich habe da einen Ehrling von so da lebt. Ja. Und da war ich noch... Ja. Und da war ich noch so. Einmal gehören und dann noch zu uns. Ja. Ich habe hier unten gesehen. Ich habe hier unten geschehen. Die Böse waren hier unten im Abstand. Und... 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 Ich habe hier unten geschehen. Ja, wir haben hier unten geschehen. Man muss noch einmalrufen sein. Aber die Böse waren mit dem Böse. Und dann waren auch die Böse. Und dann waren auch die Böse. Weil auch schon ein bisschen. Aber die Böse sind nicht im Abstand. Und dann ist der거. Und da ist auch noch... Ich habe das Gefühl, dass wir das nicht hören, was wir vorhin nicht hören haben. Er hat angefangen, abgefunden, gesagt, wir haben das Gefühl, dass wir das nicht machen. Dann haben wir das alles zusammenfassen. Dann haben wir die Fähigkeiten, die wir haben, die wir haben, die wir haben. Da ist ein Nächster. So, dann wollte ich die Werte, die wir nicht machen. Wie wäre es dann am Herzen? Wie wäre es dann? Ich war halt schon der Nachteil. Ich denke, als Klasse oben hat ein Klasse, wo man sich besser als Klasse hat, bin ich hinter die Klasse. Da können wir auch ein Sportlager, wo man noch kann, ein Freitur, ein Klasse, ein Klasse, ein Klasse, ein Klasse, ein Klasse. Da kann man ja auch ein Klasse, ein Klasse, ein Klasse, ein Klasse, ein Klasse. So ein Loch kann man. Und die haben wir schon. Das war sechs. Top-Kilo-Rente, Leiter, Holz und Engel. Da muss ich den Räden und den Akku-Festentzler mit dem Bösen. Und das hat die Rache gelaufen. Da hat die Rache gelaufen. So, dann habe ich bei dem Geschäft, die war ein Hauer, und dann habe ich knapp um halb zwei, die hat ein Hunde, wird auch ein Hauer. Ich habe mal ein Hauer, ich stehe da mit. Da habe ich ja nichts mehr da mit. Die nächste Woche wird die Binnengang steigern. Die nächste Woche wird die Binnengang steigern. Dann verarschen wir die auch. wir haben die Arbeitgewerke ab. Wir waren im Ort, dann war ich Streb-Meister, dann war ich als Getraulich-Meister und am Ende, letztes Jahr, war ich als Schiff-Meister. Ja, das ist der erste Punkt, indem wir den Kofferplag versetzen, müssen auch Schrecken anbohren, also bohren, versetzen und dann wieder ausbauen. Dann habe ich auch, als ich ausgelernt hatte, dann haben wir auch Transporten, die Luschen fahren und die heißen Strecken. Dann habe ich dann erzählt, das war ja sonst kein Wahnliegen. Das war ja nicht schrecklich. Und wir holten sich jetzt den Zug raus, und dann kommen wir ja. Und dann hast du so vier Luschen, jetzt waren die Deckel-Jugendrät, jetzt sind drei Stücke auf den Kauter. Und dann ging ab. Natürlich ist es nur Wettbewerbschaft. Und dann hast du an einem Stapel die Jacke ausgezogen. Ja, ja. Einen halben Kilometer weiter die Hose. Einen halben Kilometer weiter die Hose. Einen halben Kilometer weiter die Hose. Du gibst nur mit der Schühe und der Unterhose. So habe ich die Schleswig-Hase. So habe ich die Schleswig-Hase gemacht. Aber hier liegt der Wahnsinn. Aber hier auch. Ja, ne. Also hier haben wir die Hose. Da haben wir eigentlich jemanden Anwalt. Hose und T-Shirt kann man nicht anwalt. Aber da hinten. Aber da hinten glaub ich es nicht. Schuhe, kurze Hose, also Flip, Lampe hinten. Ja, ich kenne dich. Aber ob du es glaubst oder nicht. Das war zu der Zeit, wo du gelernt hast. Heutzutage. Du kommst nach vorne an und du flierst. Unterwegs hast du Klimaanlage. Alles möglich. Ja. Ich weiß nur, wo ich gelernt habe. Und am Anfang. Auf dem Stapel gekommen war es nicht. Kilometer oder sowas. Die Kilometer, die waren nur so. Heutzutage. Jetzt lässt du ihn dann so. Jetzt lässt du ihn weg. Ja. Ja. Aber was ist das? Ja. 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 Ja, ja. Wunderbar, ne. Ja, ja. Ja, ich bin ja so. Ja, ja. Und was meinst du? Die Kempfer, die Gitarre und die F-Mann-Liebe zum Weg sind. Das war's. Der Rudner. 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 Und hier das Urteil. Siegernachpunkte und Verfahrenmeister 2016. Rote Ecke. Kinnikau. Applaus Kinnikau. Applaus Applaus Kinnikau. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.